Sie sind hier, 22. August 2018, 23.49 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Marvin Plattenhardt ist deutscher Nationalspieler, Urheberrecht, Getty Images, zieht es Marvin Plattenhardt nach Spanien. Einem Bericht zufolge soll ein Madrider-Klub Interesse am Linksverteidiger haben. Dada öffnet die Tür für einen Wechsel. Wie die SZ berichtet, steht Marvin Plattenhardt auf der Liste von Atletico Madrid. Demnach gilt der 26-Jährige als potenzieller Nachfolger von Philippe Luiz, der vor einem Wechsel zu Paris Saint-Germain steht. Eine konkrete Anfrage von Seiten der Colchorne Ross, habe es bislang aber weder bei der Hertha, noch bei Plattenhardt selbst gegeben. Hertha-Coach Baldadai hatte dem Linksverteidiger zuletzt eine Freigabe für einen Wechsel in Aussicht gestellt, wenn denn die Rahmenbedingungen passen. Sport1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Dicker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr Sport1 ist die Nummer 1.